Hallihallo, wir spielen heute die 20. und letzte Show der Südtiroler Heimatsterne. Eine sehr, sehr harmonische Tour und ich habe gedacht, ich nutze jetzt mal die Chance, einmal den Jonas, der immer im Hintergrund auf der Bühne arbeitet, der macht die Backline, kurz zu besuchen. Wir werfen mal einen Blick rund um. Ein ganz schneller Blick. Ja, wir haben jede Menge Spaß gehabt die letzten Tage. Wie gesagt, die 20. und letzte Show. Heute Abend geht es für uns alle wieder mal nach Hause. Es war, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr harmonisch. Es hat riesen Spaß gemacht. Mit dabei waren die Geschwister Niederbacher, Nadine Maipo, Vincent und Fernando. Und der Oswald Sattler. Genau, der Oswald Sattler. Vielen Dank für 20 echt mega schöne Shows. Jeden Tag tolles Catering, mega gute, schöne Hotels, tolle Organisation. Danke an Tanja und das Catering-Team und ganz liebes Dank an Admedia. An Lothar Böhler. Ultra nach 25 Jahren immer noch echt richtig Spaß bei der Arbeit. Es macht einfach Spaß. Vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.